Ein Anlass, den ich mir wirklich nicht gewünscht habe. Gestern Abend erhielten wir gegen 21.30 Uhr einen Brief des IOC-Präsidenten, der an mich gerichtet war, der uns hier im Coastal Village übergeben wurde und dann zunächst noch nach oben in das Deutsche Haus transportiert werden musste, sodass ich erst nach 22 Uhr gegen 22.30 Uhr, also vor ungefähr 24 Stunden von jetzt an gerechnet, diesen Brief dann erhalten habe. Darin wurden wir darüber unterrichtet, dass eine A-Probe einer Dopingkontrolle, die bei EFI Sachenbacher-Steele am vergangenen Montag, 17. Februar 2014, nach dem Massenstartrennen erhoben wurde, positiv getestet wurde auf Methylhexanamin. Das ist ein sogenanntes Stimulans, das im Wettkampf verboten ist. Ich habe dann sofort noch am Abend EFI Sachenbacher-Steele informiert über dieses Ergebnis, über diesen Test und habe dann mit ihr verabredet, dass sie die Öffnung der B-Probe beantragt. Dann ist heute Morgen um 10 Uhr im Beisein der Athleten und eines Mitarbeiters von mir, der für die Anti-Doping-Arbeit zuständig ist, diese B-Probe geöffnet worden. Und auch diese B-Probe war dann positiv, hat das gleiche Ergebnis wie die A-Probe gezeigt. Daraufhin haben wir heute gegen 14 Uhr eine Anhörung gehabt, durch die IOC-Disziplinarkommission, die der Athletin und auch mir Gelegenheit gegeben hat, zu dem ganzen Vorgang Stellung zu nehmen. Das Ergebnis dieser Disziplinarkommission-Sitzung des IOC ist uns bislang noch nicht übermittelt worden. Das war auch der Grund, das hat vielleicht bei dem einen oder anderen von Ihnen dann auch zu einer gewissen Ungeduld geführt, dass wir das Ergebnis dieses Vorgangs erst relativ spät übermitteln konnten. Wir haben gleich am Vormittag, wie Sie wissen, die Tatsache einer positiven Probe bei einem Mitglied unserer Olympiamannschaft bestätigt, ohne den Namen zu bestätigen. Erst als Efi Sachenbacher-Steele auf ihrer Homepage selber bestätigt hat, diesen Vorgang konnten wir das jetzt auch bestätigen und konnten das dann auch entsprechend veröffentlichen. Natürlich hat uns die Nachricht sehr schockiert und die Stimmung in unserer Olympiamannschaft belastet. Wir stehen für dopingfreien Sport und für eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jedem Versuch der Manipulation. Nach diesem Prinzip haben wir im Vorfeld der Spiele und auch während der Spiele gehandelt. Und auch jetzt haben wir sehr rasch und sehr konsequent gehandelt. Entsprechend der Athletenvereinbarung, die wir mit Efi Sachenbacher-Steele, wie mit allen anderen Mitgliedern der Olympiamannschaft geschlossen haben, haben wir Efi Sachenbacher-Steele aus der Olympiamannschaft ausgeschlossen. Sie ist bereits auf dem Weg zurück nach Deutschland und welche weiteren Sanktionen noch vorzunehmen sind, werden wir zu gegebener Zeit dann im Zusammenhang mit dem Verfahren entscheiden, das jetzt voraussichtlich durch die IBU, also durch die International Biathlon Union, einzuleiten ist. Ich möchte noch einmal betonen, meine Damen und Herren, für uns hat nur der saubere Sport einen Wert und von dieser Linie werden wir uns nicht abbringen lassen.